Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli 2023 und wir haben tatsächlich eine Packed Agenda. Ich muss so ein bisschen selektieren tatsächlich, worauf wir heute einen Blick werfen wollen. Wir haben natürlich die FED von gestern, die nichts Spektakuläres geliefert hat, aber der Markt verhältnismäßig doch stark reagiert. Wir haben dann heute die EZB-Leitzinsentscheidung. Die könnte interessant werden als Impulsgeber für den DAX für einen Breakout über 16.300. Und wir haben natürlich auch die Meta-Earnings, also die Quartalszahlen von Facebook im übertragenen Sinne, von gestern, die sehr stark daherkamen, trotz der immer noch etwas durchwachsenen Aussicht, die Mark Zuckerberg im Hinblick auf seine Planungen dort im Bereich Metaverse eben gegeben hat, im Analyst Call. Gap Up von 6-7% Roundabout auf der Oberseite. Vielleicht auf 9, 52 Wochen Hips ein potenzieller, ein Wochenhochs, 52 Wochenhochs, ein potenzieller Kandidat für ein Shortplay eventuell. Also wir haben eine ganze Menge abzudecken und in wenigen Minuten hoffe ich, dass ich hier in der Stalle in der Lage bin, entsprechend alles unterzubringen. Alle Details in wenigen Sekunden. Zunächst der Blick, wie gewohnt, auf den Risikohinweis. Devisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com. Slash.de kostenlos eine Demo herunter. Teste den Handel risikofrei. Sofern man dann feststellt, dass der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet, hat man natürlich die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständiger Risikohinweis findet ihr auf xtb.com. Slash.de. Darum hinausgehend gerne die Möglichkeit nutzen, den Kundensupport den deutschsprachigen hier anzurufen und die Frage zu stellen, die man haben möge, im Hinblick auf die Produktpalette, im Hinblick auf die X-Station, im Hinblick auf XYZ-Kontoöffnung, was auch immer, gerne, wie gesagt, dort den Kundensupport kontaktieren. In eigener Sache. Alles, was ich hier jetzt gleich präsentiere, bitte nicht als Anlageempfehlung missverstehen. Das ist ein rein edukatives, ein rein informatives Event. Keine Anlageempfehlung oder dergleichen. Das ist mein Gameplan. Meine Gedanken. Ihr könnt gerne eure Fragen unterhalb des Videos stellen. Ich würde mich freuen, die beantworten zu dürfen. Aber wie gesagt, nichts, was ich hier irgendwie euch präsentiere, ist als Anlageempfehlung misszuverstehen. XDB ist bester CFD Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte einmal aufgelistet. Wenn ihr euch bereits schon ein Bild von XDB als Broker gemacht habt, könnt ihr auch beim Brokervergleich zur Online-Brokerwahl 2023 für XDB abstimmen. Einmal den QR-Code scannen bzw. gerne auch einmal hier die URL in den Browser eintippen und tolle Preise gewinnen, die der Brokervergleich verlost. Die X-Station ist mit Sicherheit einer der Gründe, die dafür sprechen dürften, könnten, warum man für XDB als Online-Broker des Jahres 2023 abstimmt. Genau in diese X-Station 5 wollen wir jetzt einen kurzen Blick werfen bzw. uns einen Überblick verschaffen, wo wir aktuell stehen. Nicht nur mit dem Blick auf den DAX, sondern auch was heute relevant ist und dann alles weitere. Also, wir sind weiter Range gebunden. 16.300 nach oben, 16.100 nach unten. Trading-technisch überhaupt total unattraktiv, brauchen wir keine Frage stellen. Aber wir haben am heutigen Tag, dann gehen wir auf den Kalender, hier die EZB-Leitzensentscheidung. Weniger eigentlich die Leitzensentscheidung selbst, so ähnlich wie bei der FED gestern, sondern vielmehr die Pressekonferenz, die ganz interessant sein dürfte. Wir erwarten, und das wird auch genauso kommen, dass die andere FED, die EZB, den Leitzens um 25 Basispunkte anheben wird. Was interessant sein wird, besonders nach den konjunkturellen Indikationen aus Deutschland, rund um den IFO-Geschäftsklimaindex, wird sein, wie präsentiert sich die EZB weiter darüber hinausgehend. Wird es eine Zinspause geben? Wird es vielleicht sogar Zinssenkungen geben? Selbst wird Frau Lagarde wahrscheinlich darauf nicht eingehen oder auch im Statement. Aber was man erwarten darf hoffentlich, ist, dass die anwesenden Journalisten auf der Pressekonferenz Fragen stellen. Und ganz besonders auf Deutschland eben und auf die konjunkturelle Entwicklung hier eingehen. Wir haben jetzt auch eine Meldung gesehen, dass Deutschland als eines der wenigen, bis glaube ich das einzige Land innerhalb der Eurozone, kein wirtschaftliches Wachstum sehen dürfte. Das ist eine Prognose, glaube ich, des IWF gewesen. Frau Lagarde ist ehemalige IWF-Geschäftsführerin. Insofern, also die Brücke ist schnell geschlagen. Hoffentlich machen die Journalisten ihren Job, stellen diese Frage und fragen, wie man eigentlich plant, im Hinblick auf diesen konjunkturell trüben Ausblick, hier innerhalb von Deutschland dann weiter zu verfahren, geldpolitisch, ob das Auswirkungen hat. Sollte sie in irgendeiner Form etwas andeuten, was seitens des Marktes ganz besonders dobbisch interpretiert wird, also geldpolitisch expansiv, wäre das in meiner Einschätzung nach ein potenzieller Katalysator hier für einen Break über die 16.300. Ob es so kommt, werden wir sehen, müssen wir abwarten. Aber dieses Level hätte ich auf jeden Fall hier auf der Oberseite auf dem Schirm, denn es könnte der Wegbereiter dann für eine Attacke auf die Allzeithoch sein, auch weil, da gucken wir jetzt mal ganz kurz auf, was die FED geliefert hat, auch weil die FED gestern wie erwartet geliefert hat und dann nichts geliefert hat, in Anführungsstrichen. 25 Basispunkte sind es geworden, wie wir erwartet haben, aber Jay Powell hat sich nicht wirklich in die Karten schauen lassen, beziehungsweise die FED hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Was kommt denn danach? Da steht jetzt zur Debatte, beziehungsweise das ist auch das, was er sagte, man erwartet einerseits zwar, dass es lange dauert, bis die Inflation wieder im Bereich der Zielregion um 2% ankommt, brachte die Zahl 2025 ins Spiel, was nichts anderes bedeutet, als er erwartet keine aggressiven Zinssenkungen seitens der FED über die nächsten 12 Monate im übertragenen Sinne. Aber, und das hat er dann relativierend hinterhergeschoben, also das wäre an sich, meiner Anstattung nach hawkisch gewesen und hätte Bearishness nach sich gezogen. Wir sehen keine Bearishness im Chart. Also wir sehen zwar, wenn wir auf den 5-Minuten-Chart im S&P gehen zum Beispiel, wir sehen so ein bisschen Joppiness, wir sehen einen Push höher, wir sehen einen Push tiefer, aber wir sind auch wieder einen Push höher. Der Push höher, meiner Einschätzung nach, resultiert aus dem Umstand, macht es eben Data-Dependent. Das heißt also, man wartet jetzt auf die einkommenden Zahlen ab, konjunkturellen Indikationen, und wir sind wieder in einem Umfeld, meiner Einschätzung nach, besonders im Hinblick auf vielleicht dann sogar die Inflation nächsten Monat, wo wir sagen können, gute News sind schlecht für Aktien, schlechte News sind gut für Aktien. Denn gute News oder eine heiße als erwartete Inflation, vielleicht auch durch die aktuellen Anstiege im Rohstoffsegment anziehende Ölpreise, wären etwas, was die Inflationen eher anziehen lassen würden und dieser geldpolitisch lockeren Haltung seitens der FED, die dort mit den Aussagen von Paul kommuniziert worden sind, entgegenstehen würde und umgekehrt. Kühlere Inflation, abkühlender Arbeitsmarkt, heute vielleicht die BIP-Zahlen, ich bin mir nicht so sicher, das ist mir zu groß der Indikator eigentlich, dass er große Impulse liefert, aber auch berücksichtigenswert. Morgen PCE, Deflator zum Beispiel ebenfalls, das ist das bevorzugte Inflationsmessinstrument der FED, auch um 14.30 Uhr veröffentlicht. Also, jegliche Abkühlung, jegliche Schwäche oder jegliche, wie gesagt, geldpolitische, lockere Haltung ermöglichende Indikation, die veröffentlicht wird, ist in der Lage, weitere Bullishness zu triggern. Und ja, das ist das Umfeld, in das wir eintreten. Marketplace aber, wie gesagt, sind erstmal nicht interessant, weil wir brauchen diese Indikationen und vor allem brauchen wir auch nach Möglichkeiten eine Grundvolatilität, die wir mit einem WIX unterhalb von 20 Punkten einfach nicht haben. Heißt, unsere Aufgabe, Cherrypicking, und Cherrypicking finden wir dahingehend, dass wir uns News-Events anschauen, oder beziehungsweise Aktien anschauen, die frische News-Katalysatoren hatten. Und Meta-Facebook hat gestern nachwösslich Earnings vorgelegt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen gar nicht so sehr in die Zahlen gehen. Ähnlich auch wie bei Google, querstrich bei Alphabet, eigentlich auch wie bei Microsoft, wobei da die Guidance, naja, so ein bisschen durchwachsen war, wie gesagt, ich habe das gestern gesagt, graduell, das ist nicht das Wachstum, oder das Wort, was du hören möchtest im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Schauen wir ganz besonders auf Google, beziehungsweise auf Meta, eben an dieser Stelle, Crushing Earnings. Ich habe die hier einmal bei Twitter aufbereitet. Gewinn pro Aktie, besser als erwartet. Revenue über der Erwartung. Q3 Revenue, also der Umsatz für das dritte Quartal, das jetzt laufende Quartal, über der Erwartung. Im Average ungefähr bei 33,25 ungefähr. Ja, das müsste die Mitte Piemalsaum sein. Gegen 31,18, also rund 5,6% über dem Wall Street Konsens. Ich bin überrascht, ehrlich gesagt, dass immer noch so viele Daily Active Users bei Facebook unterwegs sind. Ich zum Beispiel nutze Facebook gar nicht mehr. Vielleicht auch mal ein interessantes Debattenthema für unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion. Also, Fakt ist auf jeden Fall, Daily Active Users auch besser als erwartet. Und wir können es dann hier in den After Hours sehen. Das ist von MarketWatch aufbereitet. Aktivst gehandelter Titel, 14 Millionen Aktien gehandelt. Und das ist eine Menge, wir haben im Schnitt in Meta, das können wir hier bei Finuys sehen, 25 Millionen. Also gestern in der Nachbörse alleine sind 60, 70% des täglichen Volumens, was normalerweise durchschnittlich in den letzten drei Monaten gelaufen ist, umgesetzt worden. Gap Up 6,8%. 319 sind wir ungefähr gestern in der Nachbörse gelaufen. Nun werfen wir einen Blick drauf, wo wir hier aktuell dann stehen mit 319. Und wir erkennen, da ist die 316, 317. Wir gappen wahrscheinlich drüber. Also auf 9,52 Wochen hochs. Und genau diese Überlegung, die hatten wir gestern hier für Google zum Thema gemacht. Die sollte man auch für Facebook-4 Meter heute in Betracht ziehen. Dieses Gap auf 9,52 Wochen hochs. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit war das eher ein Indiz dafür, dass wir keinen weiteren Follow-through gesehen haben, sondern eher erstmal die guten News abverkauft haben. Wir hatten das ja gestern im Hinblick auf Alphabet. Anhand des Beispiels in JP Morgan, aus ganz anderen Sektoren, aber dennoch ein Muster, was erkennbar wird. Hier zum Thema gemacht. Da waren die Earnings von JPM. JPM hat mittlerweile höhere Hochs markieren können. Ja, aber nichtsdestotrotz. Gap auf 9,52 Wochen hochs. Abverkauft worden über den Handelstag. Delta Airlines, Fluglinie, ebenfalls 52 Wochen hochs. Sehr, sehr stark gelaufen. Erinnert so ein bisschen eher noch an Meta, beziehungsweise Facebook und den jüngsten Run, den wir hier zu sehen bekommen haben. Gap auf 9,52 Wochen hochs. Abverkauft worden über den Handelstag. Dann auch im Folgetag weiter abverkauft worden. Google, ja, Google war gestern, das ist jetzt der 5-Minuten-Chart. Google hat gestern auch 52 Wochen hochs markiert. Wir nehmen jetzt mal hier den Chart raus. Und wir sehen, also wirklich Bullishness kam jetzt nicht auf, aber Bearishness eben auch nicht, weil der übergeordnete Markt relativ stabil gehalten hat. Also starke Crushing Earnings. Gap auf 9,52 Wochen hochs. Und dann haben wir initial einen Drive tiefer gesehen, der uns kurz unter die 130 geführt hat. Aber wir haben nicht deutlich unterhalb halten können. Mal gucken, vielleicht ist das nochmal ein Second-Day-Play. Ich glaube allerdings, Meta sind wir besser aufgehoben, ehrlich gesagt. Rein von der statistischen Perspektive, glaube ich, könnte man sogar sagen, ja, auch hier haben wir einen tieferen Schlusskurs gesehen zum Eröffnungskurs. Dafür spricht ja der rote Kerzenkörper. Auch wenn kein schöner Trend sich etabliert hat. Wie gesagt, wir haben es gerade auf 5-Minuten-Basis gesehen. Das ist ja jetzt nicht das Kursumfeld, wo du große Chancen in irgendeiner Form ausmachst. Aber man habe dieses Muster im Hinterkopf und man habe ein mögliches Gap, 52 Wochen hochs Drop, dann über den Handelstag im Hinterkopf. Hängt davon ab, wie sich der übergeordnete Markt präsentiert. Folgend auf die Fed. Ich wäre eher neutral. Ich glaube, das wäre lokal dieser Breakout höher im DAX, sofern er stattfände durch die EZB. Sofern er überhaupt stattfände logischerweise. Die Linie im Sand, die ich sagen würde, was ich jetzt hier an der Stelle sagen kann, was ich weiß, ist, dass der durchschnittlich auf die gestern veröffentlichten Earnings bezahlte Preis bei 315 Dollar lag. Das heißt also, droppen wir unter 315 und halten unter 315, nachdem wir oberhalb von den bis dato Jahres und 52 Wochen hochs eröffnet haben, wäre das für mich ein Grund davon auszugehen, dass ein Gap Close denkbar würde in der Meta und dass wir in Richtung 300 liefen. Aber setzte nochmal voraus natürlich, dass der übergeordnete Markt mitspielt. Aber das eventuell dann ein Play für die Wall Street heute Nachmittag neben der EZB und dem DAX Breakout höher, eventuell über die 16.300. Wir schauen mal morgen, wie sich das hier entsprechend dargestellt hat, das Bild. Ich hoffe, dass wir ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Morgen hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. 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 Tschüss.